Herzlich willkommen zu Hamburg 1.6 aus Reflex und wir starten direkt HSV oder St. Pauli? HSV. Pizza oder Pasta? Schwer. Ähm, Pasta. Stadionstimmung. Vereinigte Staaten oder Deutschland? Vereinigte Staaten. Nach dem Spiel lieber ein Burger oder doch ein Döner? Ein Burger. Duell am kommenden Wochenende. Brady oder Rodgers? Wer wird gewinnen? Brady. Und das letzte Expertenmeinung. Wer holt dieses Jahr den Super Bowl? Buccaneers. Buccaneers? Perfekt. Wir bedanken uns recht herzlich. Vielen Dank.